Ich habe relativ große Erfahrung, praktische Erfahrung als Spieler gesammelt, auch im Vorfeld schon im kleineren Verein auf der Sportdirektor-Position. Aber mir ist immer wichtig, das was ich erlernt habe, die Praxis auch mit Theorie zu hinterlegen und dafür war dieser Lehrgang enorm wichtig. Ich bin froh, dass die DFL und die DFB diesen Lehrgang entwickelt haben, um eben genau für die Position, die ich ja im Prinzip jetzt schon ausübe, eben diese Grundlage, diese Erkenntnisse, die man dann sammeln kann, diese Ausbildung halt zu machen, um eben besser darauf vorbereitet zu sein auf den Job. In meinem Falle bin ich ja schon seit drei Jahren, aber für mich war es immer wichtig, auch mich weiterzuentwickeln und Sachen neue dazuzulernen. Und dafür ist dieser Lehrgang halt sehr wichtig. Also ganz wichtig ist für mich auch das Netzwerken an der Stelle. Neben den Dozenten, die natürlich sehr interessant sind, sind es natürlich auch die Teilnehmer. Also aus den verschiedensten Bereichen des Sports kommen ja zusammen und man kann viele, viele Erkenntnisse und viele Informationen sammeln, wie es in anderen Vereinen in bestimmten Richtungen läuft, in welchen Bereichen sie unterwegs sind, was sie da tun. Und da kann man sehr, sehr viel mitnehmen für sich selber, auch für den eigenen Verein. Dadurch, dass ich natürlich selbst Spieler war, sind natürlich die fußballspezifischen Inhalte für mich sehr, sehr interessant. Also wenn es um Fußballlehre geht, Spieleanalyse, das sind so Sachen, die interessieren mich natürlich sehr, weil ich da glaube ich auch durch meine Praxiserfahrung auch ein Stück weit mehr mitreden kann, als Ligastrukturen und Finanzmanagement vielleicht und Lizenzierung sind es auch Punkte, die noch dabei sind. Aber auch diese Punkte sind hochinteressant, da einfach mal genau kennenzulernen, was dahinter steckt, wie man was macht, was die Aufgabengebiete da der einzelnen Leute sind, die dahinter stehen, um das zu vermitteln. Und von daher ist eigentlich rund um das Paket an sich, gibt einen, glaube ich, in diesen 18 Monaten einen sehr komplexen Einblick in das, was man eigentlich wissen sollte, um diesen Job halt auszuüben. Wie man sich selber wahrnimmt, wie andere einen wahrnehmen, wie man auf sie wirkt, wenn man bestimmte Dinge sagt. Es ist sehr interessant, was das für Effekte haben kann oder was es auslöst. Für mich im letzten Lehrgang, Trainingslehre, waren ein paar Sachen dabei über Spielphilosophie, über Spielprinzipien und so weiter, die für mich sehr interessant waren, die du auch zu Hause dann umsetzen kannst. Du brauchst natürlich ein bisschen Zeit dafür, das dann alles auf den Weg zu bringen. Aber es macht Spaß, hier dabei zu sein und einfach diesen Impuls mitzunehmen, um einfach davon auch im eigenen Verein zu profitieren. Du brauchst natürlich nicht die. combined stainlessagua darf nicht mich nicht allein auf den Weg zu der Tür. hast du hier in den Weg zu bringen, soll dem veureet sein und 한 paar Filme vertreten bis zu bei mir. Vielen Dank.